Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem Resident Evil 4 Let's Play, zu dem DLC Separate Ways. Und ich vermute mal, das ist das große Finale des DLCs. Wir haben jetzt fast eine Spielzeit von 5 Stunden, was ich ordentlich finde. Also es ist eigentlich ein halbes Spiel für 10 Euro. Kann man sich gönnen. Und wie das Finale aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Legen wir los. Ich gehe mal davon aus, dass es letzte Folge ist. Und gucken wir mal, was hier noch auf uns zukommt, wenn man mal trifft. Ich habe aber in Vielfalt, nein. Können wir noch Munition herstellen? Ja. Ah, ich hätte vielleicht. Na egal. Oh, wir haben eine Gewehr-Munition. Das gab einen Bonus. Hä? Barrette? So, wann gibt es ein Barrette als, äh, Schatz? Das ist neu. Geht es hier aber auch, wie sind da mehr die Dinger, hä? Nein. Du bist doof. Jetzt bin ich mal dein Füßchen hier. Ne, so nicht. Hey. Natürlich. Aber da machen wir jetzt einfach mal so. Okay, zack. Das ist ja Geschichte. Irgendwas hier. Da ist noch ein Schatz. Da hinten rechts. Oh. Eine edle Kiste. Zepter. Kann ich da was rein tun? Ne. Hä? Okay. Da kam ich, gell? Oder? Ja. Da kam ich. Da ist eigentlich alles nachgeladen. Natürlich nicht. Jetzt ist alles nachgeladen. Jetzt ist alles nachgeladen. Fast geschafft. Ja. Glaub ich auch. Justiz hier, Alter. Schöterhändler, sagen wir. Verheilung. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Weg. Hahaha. Danke. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremde. Ach, damit wäre dann wohl alles für diese Waffe getan. Verpreil komplett. Obwohl. Ne, vergiss es. Was obwohl? Sprech dich nur aus, Kollege. Kann ich angenehme Reise? Gehen wir mal speichern. Und dann denke ich mal, kommt jetzt der Endboss. Einfach nicht zu fassen. Was denn sonst? Einen Schatz gibt es noch. Ach ja, das kennen wir doch. Ne, verarschen lasse ich mich nicht. Ich meine, wie mir die Zurufe haben. Oh, oh. Ich bin' die Doppelfiecher. Oh, oh. Die sehen wir hier verstecken. Das müsste ein letzter Schatz sein. Ups. Jop. 14 von 14. Hier haben wir alle. Nur im Dorf haben wir am Anfang echt gepennt. Also, ich natürlich. Da habe ich richtig verpennt. So gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. So locket. Und so sei er. Leon. Geh. 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 ich glaube das verirrte Schaf war wie die Hölle heiß du wachst es? ich glaube so muss es laufen genau oh, hat das nie getan? du kleine Nerven warum lehnst du dich auf? wie? deine Waffen wenden sich gegen dich ok aber nicht schlecht was geht aus ey? Gottlos! Nicht da! Also ich seh was ich machen muss auf jeden Fall. So, willst du mich küssen? Ich hab's genug gepredigt. Zentrale, komm. Ich hab den Stein. Bin mal gespannt was der Zoll dazu sagt. Gute Arbeit, Ada. Hier ist Verschwinder von dort. Verstanden. Jemand kommt dich abholen. Aber wir wissen ja, dass es das noch nicht war mit Saddler. Bleib nur zu hoffen, dass du auch erfolgreich warst, Leon. Ada! Aus der Höhe. Aus der Höhe. Sadler! Unwürdige Kreatur! Du hast den heiligen... Leife! Schmidt! Das Privileg Eins! Mit uns! Zu! Werden! Bäthlerum! Vergebung! ich habe nicht viel zeit ist die sprengsätze zu eine leise starke waffe finden ach so den arkeenwerber muss ich jetzt finden genau wonach ich gesucht habe ich denke mal hier schätze war es das ich habe zeitdruck ok fünf minuten bisschen beeindruck machen mal weg keine zeit mit euch zu spielen ich habe es gesehen war zu niedrig natürlich Hier Hallo Jungs Oh ja, ein bisschen zu nah Oh Gute Nacht Nicht mehr viel Zeit bis zur Explosion Dreieinhalb Minuten noch, Mensch Oh ne Menge Zeit Kann doch was herstellen Da hinten hat man das Headlock springen gesehen Was denn? Jetzt wird's zurück, oder was? Ich hab genug von deinem Scheiß Ja Sehr geehrter MajorCrosser Hältet ihr die Zeit an Ich hoffe Also, wenn es gelesen hat Ihr habt es glaube ich lesen können Ey, ja auch damit So einfach So einfach So einfach Das Auto nicht Ha 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 Ey Was wieder los ist. Die wollen es aber ja wissen. Die wollen es aber nicht. Die wollen wir nicht. Die wollen wir nicht. Die wollen wir nicht. Der ist nichts vorhin, okay. Ich wusste gar nicht, dass Äschle dabei zuguckt. Wir sind hier! Da hast du deine Gnade. Der ist nichts vorhin. Das war's mit Zettler. Der ist nichts vorhin. 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 Vielleicht nochmal aufeinander getroffen. Ich glaube bei Resident Evil 6, oder? Ich bin mal gespannt, ob jetzt hier nochmal eine Extraszene kommt. Dann sind wir gleich zu Leon's Kampagne. Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los! Jeder ist nicht ganz so böse, wie man immer denkt. Oh, das wars. Ich dachte es würde nochmal eine Extraszene dazukommen. Aber scheinbar nicht. Das war der DLC. Also Resident Evil 4 Separate Ways. Was soll ich sagen? 10 Euro. 5 Stunden Spielzeit. Find ich gut. Hat gebobbt. Und jetzt wird es Zeit für Resident Evil 5. Das Remake würde ich sagen. Oh, hier kommt vielleicht auch mal was. Schauen wir mal. Hä? Sollte uns das jetzt sagen, das Schiff? Das Schiff was Leon mitnimmt oder was? Hm. Auf jeden Fall wird es jetzt Zeit für das Remake zum fünften Teil. Das wäre jetzt geil. Oder Resident Evil 9. Würde ich auch feiern. Aber ja. Jeder der da Resident Evil 4 hat. Und das DLC noch nicht besitzt. Sollte definitiv die 10 Euro investieren. Es ist wirklich ein geiles DLC. Ich hätte gern mehr von AIDA. Also ich hätte gern von AIDA ein eigenes Spiel. Das wäre cool. Aber damit gebe ich mich auch erstmal zufrieden. Okay. Gut Leute. Das war's. Die Queerlets bleiben laufen. Ich verabschiede mich hier schon mal für euch. Von euch. Und würde mich ja freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video was reingeschaut. oder Let's Play. Ich weiß es noch nicht. Seien es heute. Auch wieder reinschaut. Und bis hierhin. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Doomsday. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sie weichen vom Kurs ab, kommen. Sie weichen vom Kurs ab, kommen. Sie weichen vom Kurs ab, kommen. Sir, der Pilot antwortet nicht. Sir, die Sprengsätze sind nicht gleichzeitig gezündet. Geschätzte Zerstörung bei unter 50 Prozent unserer Vorausberechnungen. Die Insel ist größtenteils unversehrt. Oh, Ada. Was mache ich noch mit dir? Ihr Helikopter ist noch in Schussweite. Sollen wir feuern? Nein. Ihre kleine Trotzaktion ändert gar nichts. Außerdem haben wir, was wir brauchen. Es geht weiter, wie geplant. Die ist der Beginn einer Zeitenwende. Die Kurs ab, kommen wir wieder. Die Kurs ab. Die Lung wird wieder rechts. Reset.